Liebe Frau Kluck, von Ihnen ist das Motto bekannt, Erfolg ist einmal mehr aufzustehen, als man hingefallen ist. Das ist, denke ich, ein starkes Motto. Wie schaffen Sie das ganz persönlich? Ich glaube, das eigentliche Geheimnis ist einfach nicht aufzuhören. Egal was man sich denkt, einfach immer weitermachen. Ich weiß auch oft nicht, warum ich die Sachen mache, aber einfach dranbleiben, wieder weitermachen, wieder aufstehen. Es hilft ja nicht. Es gibt oft genug Situationen, wo ich aufgrund meiner Behinderung tatsächlich ganz im wahrsten Sinne des Wortes irgendwo drüber stolper, hinfalle. Wenn ich dann liegen bleibe, kommt das nächste Auto und überrollt mich. Wäre eine schlechte Idee. Das heißt, aufstehen im Alltag und genauso im Sport bringt einen am allerweitesten. Respekt. Vielen herzlichen Dank für diese Einstellung. Und ich freue mich riesig, dass wir Sie jetzt als Mitarbeiterin in der bayerischen Polizei haben. Deins lieben Dank Ihnen. Alles Gute weiterhin.